Wenn du mit der Resistenz machst, ist es nicht so gut, als wenn du nicht mit einem openen, warmen Herzen machst. Es ist viel besser mit diesem offenen Herz zu sein, als Dinge zu tun mit Widerstand. Auch gegenüber einer Person ist es eine sehr viel größere Gabe, mit dieser Offenheit, ein paar Tränen und ein offenes Herzen, dieser Person gegenüber zu treten, zum Beispiel, als für sie etwas mit Widerständen zu tun. Ich denke, wir haben in unserem Leben gelernt, Dinge nicht zu machen, wenn du keine Lust mehr hast, es zu machen. Wenn du das Gefühl hast, du solltest es machen. Wenn du das Gefühl hast, du solltest es machen. Wenn du das Gefühl hast, es fügt dir Schmerz zu, es zu tun. Wenn du das Gefühl hast, du bist nicht wer du wirklich bist, wenn du diese Dinge tust. Du bist nicht wirklich du selbst, nicht in deiner besten Laune, nicht in deinem Raum. Du folterst dich eigentlich selbst. Es ist gut, es nicht zu tun. Und auch, wir müssen lernen, die anderen nicht darum zu bitten. Nicht jemanden darum zu bitten, wenn jemand es nicht tun möchte. Weil du weißt, letztendlich ist es nicht richtig. Weil du folterst die Natur. Du folterst den Fluss. Du folterst die Welt und die Licht. Du blockierst die Kreativität, du verdunkelst das Licht. Du blockierst die Kreativität, du verdunkelst das Licht. Du verdunkelst den Raum. Ja, es ist nicht, was, was aus dem Raum kommt, auch wenn es temporär, artificiell, auch wenn es etwas aus dem Raum kommt, ist es nicht Spaß. Was immer daraus entsteht, auch wenn es für eine Zeit lang künstlich irgendetwas daraus entsteht, es ist nichts Freudvolles. Wenn du damit Geld verdient hast, es ist kein gutes Geld. Wenn du dadurch schaffst, eine Beziehung aufrechtzuerhalten, es ist keine freudvolle Beziehung. Ich will dich, weil sonst werde ich sterben. Und all diese verrückte romantischen Lieder. Okay, ich bleib mit ihr, bitte stirb nicht. Okay, ich bleib mit ihr, bitte stirb nicht. Glaubt ihr, das macht Spaß? Zu wissen, dass jemand mit dir ist, nur damit du nicht stirbst, für immer? Das ist ganz klar, keine freudvolle Beziehung. Nicht für dich, für sicherlich nicht für die andere Person. Ich denke, wir müssen lernen, auch nicht diese Forderungen zu stellen, aber zuzulassen. dass wir alle anderen osób, wir TWO universit��터 gestern, tritt es Multilement, weil das gleich einander ist. 巧 Untertitelung des ZDF, 2020